na kina's wie geht's wie steht's willkommen zurück zu polybridge 44 und film war okay das wird aufwendig taxi fährt hydraulik grünes auto fährt hydraulik polizei auto fährt hydraulik e1 dreht um hydraulik c1 dreht um hydraulik a1 dreht um was die fahren erst nacheinander alle rüber und dann nacheinander wieder alle rüber okay also wir starten ja unten dann splitpoint manuelle hydraulik mal gucken ob wir die gleich überhaupt noch brauchen wir haben nur 20.000 zur verfügung okay es wird zuerst kommt machen wir wieder und das ist jetzt zuerst der ist nach der hinten dann wird der ja okay das heißt wir brauchen jetzt auf jeden fall ja das hat ja das funktioniert ja gut wie das aussieht okay ja top auf 1 natürlich so scheiße so funktioniert das ganze natürlich nicht okay warte wir machen das auf 1 1 1 so jetzt aber zu weit zu weit immer noch zu weit er kommt nach komm egal wird er wieder runter nein dann müsste er jetzt aber theoretisch noch höher fahren oder was könnten wir denn noch machen eventuell ausfahren um 50 prozent hat der nix mit zu tun nur der 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 und der arbeitet beim zweiten arbeitet er nicht mehr und der nicht mehr dann fährt okay warte mal so warte mal wieso bist du jetzt ach du sollst nicht du sollst auf 1 wieso ist denn der kaputt gegangen ach so funktioniert das funktioniert so nicht okay dann müssen wir hier was nur noch eine warte mal wartele 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 Nein. Hä? Was? So. Nein. Wie machen wir das? Okay, wartet mal. Wie machen wir das? So. 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 1. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020